Da drüben, leck mal. Oh! Gut, ja. Mal, wo ist es ausgedrucken, wenn schon? Dass ich ihm her kann, zeigen wie und wie. So, das Joskin-Fass wird gewogen. Es ist gefüllt. 14 Tonnen. 120 Kilo. Also, jetzt müssen wir noch zurückfahren und rum die Tiefel abhängen, gell? Ja. 14'100 Kilo, gell? Ja. Ah, weisst du, das du sagst. Ah, das du sagst. Ah, ja. Ja. Darum habe ich gesagt, das wäre nicht so schlecht. Sehr klar. Dann gibt es eine Deichsellast von 1820 Kilo. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja. Wo haben wir es denn? Ja. Jetzt machen wir das gleiche mit Läden. Läden. Da haben wir 1820 Kilo Deichsellast. Hörgewicht. 5'900 Kilo Deichsellast. Hörgewicht. 5'900 Kilo Deichsellast. Hörgewicht. 5'900 Kilo Deichsellast. Sagt mir der Adriel. So, der Wägemeister ist wieder da. Jetzt wollen wir schauen, was er dazu sagt. Herr Wägemeister. Kommst du auch auf 5'900 Kilo? Kommst du auch, ja? Ja. 5'900 Kilo Deichsellast. 5'230. Das sind ... 700 Kilometer. 5'900 Kilo Deichsellast. Was? Abgehängt? Oder nein, angehängt, oder? Jetzt ist es angehängt. Jetzt ist es angehängt. Angehängt. 5'240. 5'900 Kilo Deichsellast. Läden für eine Deichsellast? 700 Kilometer. 670 Kilo. Jetzt hat es über 70 Kilo. Gut, gut. Merci vielmals. Jetzt nehmen wir die mit. Ja. Wir müssen jetzt eher noch mal die Versammlung halten. Wir erhalten ein Weichwäsche. Ja. Aber dann haben wir gerade die genaue Daten. Ja. Das ist für sie jetzt auch interessant. Ja. Mal. Tschüss. Tschüss.